In einem anderen Bundesland haben die Menschen laut aktueller Statistik von heute Morgen weniger Zahnlücken als in Bremen und die Frauen in Bremen sogar noch weniger als die Männer. Also die pflegen ihre Zähne am besten, wenn ihr den Mund aufmacht, dann bringt das nur. Und dann hätten wir auch noch ganz viele tolle Geschenkideen auf unserer Homepage für Sie. Und wenn Sie jetzt sagen, guck mal, da ist was Schönes dabei, oder vielleicht auch sagen, ich weiß nicht ganz genau, vielleicht sollte das auch sehen, wir hätten auch ein Tipp, selber was den Scheinbrot hat, super angesagt. Also wirklich, wenn man jetzt guckt, was wir immer sind, am Wochenende am meisten gekauft wurde, ist die Klebepistole eben ganz weit vorne. Also scheinen sich viele hinzusetzen und zu sagen, ich mache es leider nur selbst. Ist das nicht schön, oder? So kommen wir nur darauf an, wie talentiert der Bedeutung ist. Naja, selbst gemacht wird es. Das steht dann im Keller und dann muss man immer wieder hoch. Und jetzt muss es kommen. Das steht dann im Keller und dann im Keller. Untertitelung des ZDF, 2020